Matthias, meine sehr verehrten Damen und Herren und auch wenn es öffentliche Beantragnisse einbauen, die es sei ein einziges, war für alle Menschen, die wir in der Nähe haben. Ich komme aber gleich wieder zurück zu den meisten Kultur. Ich sage, wir haben alles in der ganzen Zeit, wir haben alles in der ganzen Zeit, 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 in der ganzen Zeit und in der ganzen Zeit. Vielen Dank. Das war eine Diskussion. Also freue mich, dass es heute Abend war. Meine Damen und Herren, wir sind in dieser Fraktion auch zugekommen. In Berlin, und da haben wir zwei Tage lang viel diskutiert. Der Steinmeier hatte auch die Entlassungssprecher darüber, wo sind wir eigentlich, was ist eigentlich die Situation in Deutschland? Wo wollen wir eigentlich, zehn Jahre, zwanzig Jahre? Und wie kommen wir eigentlich hin? Es ist ein Land der Ernst, Deutschland 2020, Zukunftsprogress. Da haben wir da zwei Tage lang viel miteinander diskutiert. Da haben wir